Hey, schön, dass du wieder dabei bist! Und guten Morgen, mein Zocker! HECK OF CHILDOWN! Wie du siehst, hier hat sich schon vieles ein bisschen verändert. Terraforming, Fackeln... Ich hab endlich Kühe gefunden! Und was das Schlimmste ist, ich hatte so eine geile Aufnahme vorbereitet. A FEW MOMENTS LATER THE NEXT DAY ONE ETERNITY LATER So, dann gehen wir mal runter in den Stollen! Oh, hörst du das? Rüdiger, ich komme! Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Doch, ich muss so tief! Nein! Rüdiger, bitte! Nicht so tief, Rüdiger! Ja, das habe ich auch ein bisschen unbebaut, aber davon habt ihr ja nichts mitgekriegt, weil ich meine Aufnahmen in den Sack gehauen habe. Aber naja, gut! Diamanten habe ich gefunden! Ja, Diamantos! Aber davon habt ihr jetzt auch nichts mitgekriegt. Ah, ich brauche ein paar Kekse. Oder hier so ein... So ein Ballisto. Oh, ein Ballisto hat gewonnen. Ballisto... Ja, wie schnell das ging! Ja, Diamanten! 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 Scheiße, wie schnell das ging! Da bin ich jetzt aber überrascht! Oh, das ist nur ein Block oder was? Oh, schade! Nur ein Block Diamantos! Na gut, trotzdem! Gold! Man nimmt, was man hat, wa? Man hat, was man nimmt! Ob ein Diamant oder 10.000... Ich meine, gut, 10.000 Diamanten wären schon fett, aber... Pass schon, passt schon! Wäre ja auch nichts mehr Besonderes, wenn wir die überall finden würden, wa? So, Ballisto, 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 Ballisto! Weißt du, was mir eingefallen ist? Du könntest mir mal einen Tipp da lassen. Ich würde jetzt übelst gerne Musik hören, aber wenn ich Musik jetzt hören würde, dann würde das nachher bei der Aufnahme... Also, wenn ich jetzt aufnehme, würde das stören, denn... Weil ich dann das nicht mehr so erst rein cutten kann. Ich habe überlegt, ob man irgendwie über OBS das ausstellt, dass man quasi von YouTube den Ton mit aufnimmt oder so. Äh, wenn ich irgendwie mir Musik anhöre. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das so mache. Also, wenn du ein bisschen Ahnung von OBS hast oder so, lass mir doch einen Kommentar da, wie ich die Einstellung mache. Zwecks... Musik hören. Ich würde jetzt wirklich ganz gerne Musik hören. Iiii! Lappes! Lappischlachli! Lappuschli! Lappischlachli ist halt mega nice, wenn man enchanten will! Und das ist ja letzten Endes auch das, was ich nachher machen will. Ich will meine Dia-Spitzhack gerne enchanten. Beziehungsweise die ganze Dia-Rüstung. Aber dafür brauche ich halt haufenweise Steine. Äh... Haben wir alles wahr erstmal soweit? Jo. Nie zu tief, Rüdiger. NICHT SO TIEF. NICHT SO TIEF, Rüdiger. Nicht so hoch, Rüdiger! Ey, wisst schon, was durchblüht, wahr? Höh? Diamantos! Upsa. Dieses unflätige Benehmen hier kann ich nicht erdüngten. Hier schnappen wir uns mal ein, zwei von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf von denen. Ähm, da fehlt noch ein Buch, wahr? Buch. Warte mal, Buch, wahr? Jetzt gucke ich ja doch alles durch. Was genau in der letzten Kiste? Hä? Ach, da ist das Buch drin. Ein Buch. Und so, hier und hier ein Diamant. Guck, 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 guck. Weil sie die an war und hier ein Buch. Zaubertisch! Ah! Zaubertisch, Zaubertisch, Zaubertisch! Zaubertisch bauen wir hier auf. Wuuuh, 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 wuuuuh. Wuuuh, 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 wuuuh. Enchantos Maximus. so und hier haben wir alles voll mit dingern wie machen wir barrels in einem fass dafür brauche ich die dinger hier die teile ok drei fässer nether portal könnte ich halt auch bauen aber ich bin ein ganz schöner schisser um ein nether portal zu bauen benötig ich will feuerresistenz haben bevor ich in den nether gehe und ein bogen wäre halt auch ganz nütz das heißt wir gehen back in the mine würde ich mal sagen nicht so tief rüdiger nicht so tief rüdiger nicht so tief nicht so tief rüdiger nicht so tief nicht so tief rüdiger auf eisen da hab ich immer bohr ich sag euch wasser ist so broken hier unten mit der ganzen lava ich habe immer so eine riesen probleme mit lava gehabt seitdem ich den trick mit dem wasser hab easy ich will doch nur ein paar klunker für meine freundinnen ich will doch nur eine schöne halskette zu weihnachten verschenken ich würde so gerne schneller meinen aber um schneller zu meinen muss ich mehr meinen ehrlich gesagt ich freue mich zwar total wenn ich gold finde aber was man damit machen kann ich hab ich hab irgendwie mal gelesen dass man mit dem gold ähm nahrung mit einem also aus gold kann man gold nuggets machen und mit gold nuggets kann man irgendwie nahrung so aufkappen dass sie dich instant vollhielt ja lapis lapi schlappschuli lapi 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 schlappschuli lapi schlappschuli das ist cool das brauchen wir ja dann zum enchanten ja einiges lapis lazuli hab ich gefunden das ist ganz nice ey das freut mich ich komme über die treppen nieren weg oh sorry so dann hören wir mal ein bisschen musik einbauen bitte springer Bis zum nächsten Mal. 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 Ich mach erstmal ein kleines Päuschen. Ich hab jetzt so viel gezockt. Ich brauch jetzt erstmal eine Yoga Pause. Eine Yoga Pause. Und ja. Schöne Runde entspannen. Bis zum nächsten Mal. Dein Take-Off-Chilldown. Take-Off-Chilldown!